Hallo ihr Lieben, jetzt ist Frühling. Ich glaube, wir haben ihn herbeigestrickt mit den tollen Farben von unserem Ten-Pulli. Und es ist also jetzt höchste Zeit für einen wunderbar leichten Frühlingspullover. Wir haben nämlich ein neues Garn dazu genommen, die Pasquali-Sole in einer wahnsinns Farbpalette, wie ihr seht. Genau, Nahaufnahme. Und hier ist er also, unser erster Sommerpulli kann man schon fast sagen. Er heißt Peppermint. Die Gudrun hat ihn designt und wir dachten, aus dieser schönen Farbpalette kann man nicht nur eine Farbe nehmen, sondern wir greifen uns da immer so eine Gruppe raus und wir haben uns für diese schönen Grüntöne entschieden. Drum also der Peppermint. Es trägt sich fantastisch, diese 10% Kaschmir machen es nämlich aus, dass das Ganze so ein weich fließendes, wunderbares Material ist. Also 90 Baumwolle, 10% Kaschmir. Und wir haben einen Top-Down Raglan gemacht. Also super einfach zu stricken, macht Spaß. Ist wieder sehr kurzweilig mit den Streifen. Und in den Originalfarben, also ihr braucht immer vier Farben, ihr braucht drei Farben plus Weiß. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe für diese kleinen Streifen nehmen, wobei das Weiß eigentlich immer so ein schöner, frischer Kontrast ist. Wir haben für das Original genommen die 51, die 49 und die 47. Und es ist immer so, ich stelle euch gleich noch andere Farbkombinationen vor. Die helle Farbe, also in Größe X, S und S, braucht ihr von der hellen Farbe und von Weiß zwei und von der mittleren und von der dunklen Farbe drei. Das erhöht sich dann so mit den anderen Größen, nur dass ihr wisst, die helle und Weiß wäre also die kleinere Menge. Dann super schön wäre auch die Farbe 73 mit 101 und 69 und da auch wieder die 01 Weiß dazwischen. Super schön. Wir haben diesmal keine Kids gemacht, das heißt, ihr könnt euch alle Farben einzeln zusammensuchen. Und wir legen dann natürlich die Anleitung bei. Dann ganz toll auch diese Orange-Rot Schiene. Und zwar wäre es da die 63 mit der 65 und der 99 und auch wieder die 01 Weiß dazu. Dann hier so ein bisschen mehr ins Petrol. Super schön, 41, 43 und 45 mit 01 Weiß. Dann wäre es ein bisschen ruhiger möchte. Da wären also diese ganzen edlen Naturgrautöne auch sehr schön. Das wäre die 53, die 81 und die 79 mit Weiß. Auch super schön. Dann noch ein bisschen Farbe, die Lila-Fans. Da wäre es die 83, die 85 und die 105 zusammen mit der 01 Weiß. Dann unser Peppermint. Gestrickt ist er mit Nadel 3,5. Also wie gesagt, top down, super einfach. Ihr habt natürlich wieder eine Menge Möglichkeiten. Ihr könntet ihn natürlich auch ganz einfarbig machen. Da braucht ihr sicher einen bei den großen Größen, vielleicht zwei Knäuel weniger. Müssten wir mal noch rechnen. Dann könnt ihr ihn natürlich auch nur in zwei Farben machen, dass ihr euch für eine Farbe entscheidet. Und dann einfach die kleinen weißen Streifen dazwischen macht. Geht also auch. Also das ist so eine super easy, lockere Form. Den kann man also sicher in mehr Varianten haben. Ja, hier ist er also. Unser erstes Sommermodell. Habe ich was vergessen, Kim? Die Längen. Ich habe schon gesehen, dass du so guckst. Die Längen, das wollt ihr ja immer gern wissen. Also ich trage die Größe S. Es ist so ein schöner, lockerer Pulli. In S hat er also 111 Umfang. Er ist 53 Zentimeter lang. In M ist er 56 lang. In L 59 und in XL 62. Was auch heißt, er ist von XS bis XL gerechnet. Ja, ihr braucht eine 3,5er Nadel, eine 3er für die Bündchen. Und los geht's mit dem Frühling. Also sucht euch mal eine schöne Kombi raus. Bis bald. Tschüss.